Ihr braucht diese grüne, kleine Platte hier, so schaut sie aus, und legt sie mal da her. Dann nimmt sie eins von denen, so schaut es aus, und tut sie es hier auf die Ecke dran bauen. Zwei von denen. Dann braucht ihr mal, ihr braucht es mal, wieder so eins, so schaut es wieder aus, und baut es so dran. Dann schaut es mal so aus, und dann nimmt sie das hier, und tut es da auf die Seite drauf bauen. Dann nimmt sie mal das hier, so schaut es aus, und das hier, das blaue, da vorne hat es hier so ein Dickel, und tut es da reinstecken. Und dann tut es da hinbauen. Gut. Dann, als nächstes kommt, ihr braucht es, als nächstes so was. Da gibt es so ein schräges Ding, dann, so schaut es dann aus. Dann, das baut sie hier dran, und dann nimmt sie zwei davon, und baut es da an. Gut. Dann nimmt sie so eins, und setzt es aus dem Fenster, nur ohne Scheibe, wo man durchgreifen kann. Das tut sie dann da hinten, so reinstecken. Dann tut sie so, nimmt sie noch so eins, und tut es da so her. Und dann braucht es hier so welche, ungefähr vier, und zwar eins, zwei, drei, und vier. Das erste kommt da her, das zweite kommt da her, das dritte kommt da drauf, das letzte kommt erst am Schluss hin. Gut. Dann braucht es mal so was, so ähnlich wie ein Blatt, ein Baum, und so eins, so ein Staberl, und steckst es da hin. Dann hat sie das. Und das tut sie dann da so rein. Aus mit das. Dann nimmt sie so was, schaut so aus, und tut das hier auf das blaue Ding, so her. Dann könnt sie es auf und zu machen. Und dann braucht sie noch das kleine winzige Teil hier. Das tut sie hier dann bauen. So, das war's für heute. Ihr seht ihr natürlich, dass das ein Baum ergibt. Also, ich freue mich dann das nächste Mal. Dann würde ich mal auf Wiedersehen sagen. Tschüss. 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 Tschüss.